Hallihallo Leute, in diesem kurzen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man aus einer Redstone Fackel einen geheimen Eingangsschlüssel macht. Wie wir hier sehen haben wir hier eine ganz normale Wand ohne irgendwelche Knöpfe, Trittplatten oder Tripwire Hooks und wir können hier, indem wir hier in die Mitte eine Redstone Touch platzieren, ein Signal auslösen. Das Ganze sieht von oben so aus, wir platzieren hier die Redstone Torch und ein Signal geht hier durch den Repeater durch und das Ganze geht dann hier in unsere Output Quelle, ich habe das Ganze jetzt mal hier mit einer Lampe symbolisiert und wie wir sehen können wir dann anstatt der Lampe hier vorne dann auch Geheimtüren, Pfeilen, versteckte Kisten etc. anschließen und somit das Ganze schön geheim in seiner Minecraft Welt verstecken. Um das Ganze zu bauen braucht man nicht viel, als erstes brauchen wir vier Building Blöcke, welche wir so platzieren und gleichzeitig kommt dann noch schräg hier drüber auch noch ein Building Block. Als nächstes platzieren wir hier einen Redstone, einen Repeater auf dem ersten Delay, wieder einen Redstone, hier vorne mit Shift-Klick einen Sticky Pisten der zu uns zeigt, hier vorne eine Redstone Torch und hier vorne einen Block eurer Wahl, welchen ihr zum Beispiel in der Wand verschwinden lassen könnt. Fertig ist nun der geheime Schlüssel. Wie wir sehen, bepowert die Redstone Torch hier einmal kurz das Signal, der Block wird geupdatet und das Signal geht einmal hier durch. Nun müssen wir das Signal nur noch entnehmen, dazu platzieren wir hier wieder einen Block, hier einen Redstone Repeater und können dann hier vorne schon das Signal entnehmen. Ich zeige euch das Ganze nochmal, das Ganze funktioniert wunderbar und somit habt ihr die Möglichkeit eure Diamanten vor fiesen Griefern zu verstecken. Ich hoffe das kleine Tutorial hat euch gefallen, das ist eine sehr sehr nützliche Methode, wie man wirklich sehr sehr gute Geheimverstecke bauen kann, die wirklich niemand findet, da man einmal erstens den Platz wissen muss, wo man die Redstone Torch platzieren muss und gleichzeitig braucht man eine Redstone Torch. Ich hoffe das Ganze hilft euch weiter und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video kurz bewertet. Ansonsten gibt es nächsten Dienstag um 16.30 Uhr mal wieder ein längeres Tutorial. Mein Name ist Janus von der OSE100 und euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.